Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz tätig. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Liz Zukunft. Liz Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Somto sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Meine Führung. Dann bin ich nicht mehr allein. Pharoos Geheimnisse. Sind sie hier? Äh, nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Na, endlich. Pharoos Vermächtnis gehört mir. Du bist heftig am Arsch. Ist das? Das ist der. Verbrennt alles. Warte, nein. Pharoos hat es so manipuliert, dass es zerst... Erledigt sie auch. Keine Zeugen. Typisch Pharoos. Hey, erledigt sie. Prost. Hallo, Humor Luft. Witz du mehr? Gerade nicht, danke. Ich muss noch fahren. Ja, du, sie sind da hatbar. Schön. Und zwar. Gebt ihr Feuer. Ich will dich tot sehen. Renne in der Hölle. Pharoos hat den Reaktor manipuliert. Er läuft auf seinen Boden über. Wir müssen weg. Ganz toll. Komm sofort. Aua. Mist, ich wollte Pharoos sehen. Sollte gehen, ne? Lauf weiter, okay? Okay. Ja, legt nochmal an. Ich leg gleich auf. Ich habe gerade keine Zeit für euren Scheiß. Ja, aber wolang? Sieh leider nichts. Ich habe das Ding auf. Ich wollte ihm eine andere Rüstung anziehen, glaube ich. Geht das jetzt? Was ist denn das für ein Ding? Sobex Kleidung. Okay. Nein, geht jetzt nicht. Na toll. Okay, tschüss. Da sind noch mehrere da. Ihr müsst es kämpfen. Hier. Ich muss hier gar nicht kämpfen. Ich mach sie fertig. Ich mach sie fertig. Ich mach sie alleine nicht verhaftet. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Komm ich dort, hier. Noch einer, nicht. Nur noch einer. Ja, weg hier. Hallo. Darf ich mal durch? Warte mal, ich such gerade Trinkel. Hier. Oh, der Gesundheitstrank gibt noch einen Schuh. Servus. Ach, die Scheiße. Beeilung, Sir. Na los. Was für ein Pisser. Stirb. Bitte. Brottschüss. Oh nein. Schön, dass ich brenne. Seite halt nicht. Über uns. Ja, macht nichts. Ich brauche Hilfe. Halt sie auf. Nee, für Spaß mal abfackeln. Ich geh mal weiter, ne? Oh nein. Oh, tschüss. Nicht anhalten. Wir sind fast da. Musst du gerade sagen. Der steht ja hier blöd rum. Okay. Besser. Wir haben fast. Na los. Noch zur Bahn. Ich komme. Sieh nix. Hello. Was ist passiert? Was ist passiert? Nicht mit deinem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der Sio? Er ist... tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein. Nein. Der Sio war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Phantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt hat der Sio alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber, was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber, Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva. Ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Val, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Val gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Noch mehr Leute, mit denen ich quatschen kann. Nun, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des Seos Merquen mit mir. Ich sollte mich wohl auch mal auf der Insel umsehen. Ich wechsle besser die Kleidung. Unglaublich, dass ich mich für den Seos verkleiden musste. Wichtigste Frage, wie komme ich da hoch? Ich muss da hoch, ne? Ich markiere das mal. Und du hast recht, ja. Wir ziehen uns wieder um. Viel besser. Mocho. Haben wir was bekommen? Äh, nicht wirklich, nein. Okay, also ich habe jetzt echt mit allem gerechnet, aber nicht, dass aus Pharaoh auch äußerlich das Monster geworden ist, was er innerlich sowieso schon immer war. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber jetzt ist er tot. Jetzt kann er mal zur Hölle fahren. Bitte. Also, krass, wie viele doch an dieser Unsterblichkeit geforscht haben. Lass das bitte. Ja, entschuldige bitte. Such einen Weg nach oben. Wie komme ich da jetzt hoch? Ich muss da ja irgendwie hoch, ne? Ja. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Platte drinne war und da oben ist halt auch ein... Geht das sehr gut? Da. Da ist die Platte. Du hast die Platte, dann muss ich mal nach Hause gucken, weil? Darf ich mal da weg gehen? So, die Platte will ich mir noch holen. Und dann ist aber auch Sensel für heute. Geht hier? Geht hier? Nee, ne? Da drüben. Okay. Kommen wir da von außen hin? Das da war mal eine Kirche. Eine Kirche. Jetzt muss ich erstmal nur gucken. Von innen gehe ich mal nicht davon aus, dass dann Rieke. Deswegen schätze ich mal von außen. Und ja, wir müssen uns hier auf alle Fälle umgucken, aber hier ist so viel Wasser. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Da... Da... Ja, jetzt bin ich einmal rumgeschwommen. Oder brauche ich dafür erst ein gewisses Gerät? Kann da sein? Ist hier noch eine Alphawand? Nee, die ist jetzt weg. Okay. Da ist die Platte. Da ist irgendwie ein Kletterpunkt. Ja, ansonsten sehe ich hier keinen. Naja, was heißt zurück? Ich suche einen Weg nach oben, aber ich finde keinen. Alles in Ordnung? Okay, wir kommen da noch nicht hoch. Hm, hm, hm. Darf ich zum Thema auf der Insel umsuchen? Äh, umgucken. Und die Sennets sind hier auch noch irgendwo, ne? Da oben ist doch so ein Ding zum Abseilen, oder nicht? Ich kann von hier unten da nicht hochklettern. Da komme ich hoch. So, im Kinder-Hepi-Hepo-Land. Eventuell komme ich da irgendwo hoch. Hier sind so ein paar Greifpunkte. Irgendwo von da. Ja. Ja. Oder von der anderen Seite. Ach, scheiße. Greifpunkt, Greifpunkt, Greifpunkt. Aber wie? Bin jetzt an diesem Gebäude hier? Ich sehe keinen Weg noch um. Ich glaube, uns fehlt noch etwas. Ich frage mich halt auch. Wir können, glaube ich, auch diese Flugmaschinen ziehen. Ob die auch reibbar sind dann? Irgendwie müssen wir ja da hinkommen. Guck mal, da ist so ein Greifpunkt. Wir müssten ja von irgendwo starten. Und hier gibt es halt keinen wirklichen Weg nach oben. Stimmt. Ich glaube, jemand in der Nähe braucht Hilfe. Naja, ich höre das. Ich habe es gehört. Die Maschinen sind weg. Du kannst hochkommen. Was ist passiert, Sonora? Ich dachte, ich wäre erledigt. Die lebende Ahnen. Sonora, die lebende Ahnen ist hier. Ja. Eine Freundin ist tot. Die liegt da. Die hat es hinter sich. Ich wollte ja zurück nach Landfall. Was hat dich unter die Brücke getrieben? Da waren Breitschlunde. Sie zerstörten unser Boot. Und wir sind so kopflos geflohen, dass wir in diese Grein rannten. Und ich... Ich rutschte aus und fiel. Es ist gefährlich hier draußen. Ich weiß. Aber Sonora wollte hierher. An den Orten, die... Die Wahrsager uns genannt hatten, waren keine Relikte. Er wollte befördert werden. Und unbedingt hier weitersuchen. Er hatte Recht. Wir fanden ein Relikt mit Daten darauf. Und dann kamen die Breitschlunde. Sie zerstörten unser Boot. Und ich ließ das Relikt ins Wasser fallen, als wir flohen. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ja. Ich kann für seinen Tod noch nicht mal ein Relikt nach Landfall tragen. Wo hast du das Relikt verloren? Da unten. Richtung Südwesten. Auf dem Platz mit der Statue auf der Säule. Geh zurück nach Landfall. Ich werde es für dich suchen. Auf dem Platz mit der Statue? Also hier, oder was? Ach, was. Habe ich das nicht schon gefunden? Ach, du meinst die Relikt-Ruine? Ja, sie sagt, sie hat ins Wasser fallen lassen. Aber die meint doch bestimmt die Relikt-Ruine, oder nicht? Das haben wir ja schon. Hier ist Südwesten. Und hier, das haben wir schon. Ja, auf dem Platz mit der Statue. Das wäre hier. Aber das Relikt habe ich ja schon. Das war... Jetzt hätten wir eine Quest für die Relikt-Ruine bekommen. Aber gut. Weiß zwar nicht warum, aber... ...sein muss. Äh, hier ist auch so ein komischer Schnitt im Wasser, ne? Und hier ist auch noch sehr viel zu erkunden. Ich würde fast behaupten, die Senets sind eventuell hier. Da nicht, weil da ist ein Lager von uns. Ansonsten sieht hier auch nix nach Sendet aus. Außer halt... ...der Bereich hier. Aber das... ...glaube ich nicht, weil eigentlich sollen ja hier sein. Gut, das den kriegen wir nicht. Ähm, wir haben, glaube ich, ein paar Sachen, die wir... ...kehre zur Basis zurück. Stufe 30. Dann hätten wir als nächstes die 27. Der erste Flug. Bis die Flügel der 10 abgeschlossen sind. Oh, die Flügel der 10 habe ich noch nicht. Nehmen wir zumindest neu. Die Flügel der 10 habe ich noch nicht. Als Quest. Ich weiß auch nicht, wo ich die herkriegen soll. Ähm. Dann lasst uns mal... ...hier so ein Flugschreiber. Wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Und hier haben wir noch was. Mondfischhaut, okay. Oder hier. Ich würde echt gerne hier wissen, was hier ist, wa? Dafür müssen wir aber erstmal hier in die Nähe kommen. Und hier unten waren wir halt noch gar nicht. Tal der Gefallenen scheint mir jetzt auch nicht so gefährlich zu sein. Hier ist eine Ohorus-Einheit. Und ein paar Kletterkiefer. Da ist der Schlachtrugel. Wir können uns eigentlich dann hier unten lang arbeiten. Bis zu dem Flugschlitzer. Und den vielleicht auch noch aufs Korn nehmen. Aber nicht mehr heute. Um Gottes Willen. Bloß nicht mehr heute. Ich würde halt gerne... ...hier einmal hingucken. Das wäre ganz schön. Aber das ist halt so ein weiter Weg noch. Durch ein echt beschissenes Gebiet, wenn ich mir das hier so angucke. Theoretisch müssten wir ja erstmal nur bis da kommen. Hier ist noch ein Flugschreiber. Flugschreiber. Tal der Gefallenen. Was ist das denn für eine Quest? 28. Okay, die wäre sowieso bald dran, ne? 30, 27 haben wir hier. Das Fortdauern ist auch schon bis 32, okay. Kommt also auch bald. Dann markiere ich uns mal das Blutloch. Dann würde ich eigentlich bevorzugt erstmal alle Hauptstädte abklappen nochmal. Der Flug der Zehen muss ja irgendwas hier sein, ne? Nur wo ein Gedenkheim. Pass auf, den gehen wir erstmal kurz hier rüber. Starlang. Das Relikt haben wir schon. Das kriegt die auch nicht. Das geben wir sehr selbstsüchtig bei Stemmo ab. Ähm, wo ging es lang? Da. Lass uns mal kurz schnell da hin. Und dann würde ich gerne einmal kurz die noch zum Gedenkheim. Einmal Pfeile. Ein paar. Bisschen haben wir verbraucht, aber nicht viel. Gegen die großen halt, ne? Gegen die großen Ottos. Dann ist aber Schluss für heute. Dann geht es morgen nämlich weiter. Muss ich auch morgen auch noch ein bisschen fit bleiben. Also jetzt sollte hier ja rein theoretisch die Tür auf sein, ne? Irgendwo? Muss hier nicht eine Tür gewesen sein? Hier, genau. Dann kommen wir nämlich hier wieder raus. Soll er ja eh hin. Hat die gute Aloy ja schon gesagt. Tja, dann kommen die Quellen tatsächlich aus Shanghai, wie mir scheint. Aus dem Kontinent. Also nicht Shanghai ist kein Kontinent, sondern eine Stadt. Aber aus der Ecke auf jeden Fall. Was war das hier eigentlich mal? Das war mal Tunnel oder sowas, ne? Oder auch ein Gebäudekomplex. Soll ich jetzt gut verlassen? Kein Zweifel, kein Zweifel. Ja, 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 jetzt haben wir ein paar Nebenquests hier. Puh, ja. Wieder gesund und munter. Ja. Gut, ich würde sagen, die Nebenquests sammeln wir beim nächsten Mal ein. Und bis dahin sage ich dann mal, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bei Horizon Forbidden West. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Ich bin der Mechaniker und 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 ich bin der Mechaniker. Vielen Dank.